Bundestrainerin Martina Vosteklenburg, die hat ihren Kader für die kommende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland benannt. Dabei gibt es ein bisschen Ärger, und zwar um fünf Spielerinnen des FC Bayern München. Die werden nämlich entgegen der eigentlichen Absprache erst drei Tage nach den anderen ins Trainingslager reisen. Das wiederum bringt den Zeitplan der Trainerin enorm durcheinander. Und das sorgt für ein großes Zerwürfnis zwischen dem DFB und dem FC Bayern. Ich arbeite jetzt schon über 20 Jahre beim DFB und kenne den FC Bayern als einen sehr verlässlichen und verbindlichen Partner. Und ich glaube, wenn man Absprachen trifft, dann wurden die bisher immer eingehalten. Jetzt haben sie einen Wortbruch begangen, und das ist für mich sehr, sehr enttäuschend, weil es inhaltlich und prozessual für mich nicht nachvollziehbar ist und die Gründe auch nicht nachvollziehbar sind. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's hier. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's. Vielen Dank.